Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lehrfilm zum Thema Rekristallisation. Das Rekristallisationsglühen beschreibt ein thermisches Verfahren zur Behandlung von Werkstoffen, deren Gefüge infolge einer Kaltumformung stark verzerrt sind und in denen die Versetzungsanzahl deutlich erhöht ist. Dadurch sind diese Werkstoffe stark verfestigt. Das Verfahren wird überall dort angewandt, wo weitere plastische Verformungen notwendig, nun aber nicht mehr zerstörungsfrei möglich sind. Ein Beispiel wäre das Walzen von Blechen, welche im weiteren Fertigungsprozess gebogen werden sollen. Durch das Rekristallisationsglühen wird das verfestigte Gefüge in seinen ursprünglichen Zustand zurückgeführt, und die plastische Verformbarkeit, also die Duktidität, wiederhergestellt. Namensgebend für das Glühverfahren ist der mikrostrukturelle Mechanismus, der sich dahinter verbirgt, die Rekristallisation, auch Kristallneubildung genannt. Hierbei erfolgt das Wachstum neuer Kristalle auf Kosten bereits bestehender Kristalle. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Rekristallisation stattfinden kann, ist der Mindestumformgrad, auch als kritischer Umformgrad bezeichnet. Das bedeutet, dass ein Werkstoff zu einem Mindestgrad umgeformt werden muss, damit Rekristallisationsvorgänge überhaupt ablaufen. Durch die Umformung werden Gitterbaufehler, wie zum Beispiel Leerstellen, Zwischengitteratome und auch Versetzungen in das System eingebracht, wodurch sich das Gefüge verfestigt und die innere Energie des Kristalls erhöht wird. Die eingebrachte Verformungsenergie, das heißt die erhöhte Anzahl an Versetzungen, dient als treibende Kraft bei der Rekristallisation und beeinflusst die zweite wichtige Kenngröße für das Verfahren, die Rekristallisationstemperatur. Als Faustregel lässt sich festhalten, dass die Rekristallisationstemperatur, je nach Umformgrad, im Bereich zwischen der halben und einem Drittel der Schmelztemperatur liegt. Welchen Einfluss Umformgrad und Temperatur auf die Rekristallisation haben, kann in sogenannten Rekristallisationsschaubildern dargestellt werden und wird später in diesem Film sowie in einer ausführlicheren Form in unserem Video zum Lesen des Rekristallisationsschaubildes erläutert. Zunächst soll der Ablauf der Rekristallisation verdeutlicht werden. Die Rekristallisation lässt sich in zwei Bereiche unterteilen, die primäre und die sekundäre Rekristallisation. Bei der primären Rekristallisation entsteht ein feinkörniges Gefüge mit homogenen Korngrößen. Bei der sekundären Rekristallisation hingegen entsteht ein heterogenes, grobkörniges Gefüge mit inhomogener Korngrößenverteilung. Ausgang für die primäre Rekristallisation ist ein Gefüge, bei dem die Versetzungsanzahl nach vorher erfolgter Umformung deutlich erhöht ist. Zur besseren Vorstellung dient folgender Vergleich. Die Versetzungsdichte eines kaltverformten Werkstoffes beträgt etwa 10 hoch 12 Versetzungen pro Quadratzentimeter. Die eines rekristallisierten Gefüges nur noch 10 hoch 6 bis 10 hoch 8 Versetzungen pro Quadratzentimeter. Bei Erreichen der Rekristallisationstemperatur findet eine thermische Aktivierung der Korngrenzen statt. Die Korngrenzen fangen an, sich in die versetzungsreichen Gebiete zu verschieben. Dabei werden die Versetzungen aufgezehrt. Auf dem Weg liegende Atome werden absorbiert und hinter den Korngrenzen in einer neuen Orientierung angeordnet. Die neu angeordneten Gebiete bilden die sogenannten Rekristallisationskeime, welche mit fortschreitender Zeit an den bestehenden Körner zehren, bis diese vollständig abgebaut sind. Im Gegensatz zum normalen Kornwachstum, bei dem die großen Körner stabil sind, wachsen bei der Rekristallisation kleine Körner. Als Ergebnis ist ein komplett neues, versetzungsarmes Gefüge mit neuer Orientierung entstanden. Dem gegenüber steht die sekundäre Rekristallisation. Hier wird einer der beiden Parameter, die Glühtemperatur oder die Glühdauer, deutlich überschritten. Dadurch beginnt das Kornwachstum an einigen Stellen früher als an anderen und läuft zudem unterschiedlich schnell ab. Auf diese Weise ist es bereits gebildeten Körnern möglich, langsam wachsende bzw. erst entstehende Körner aufzuzehren. Diese Körner sind letztlich nicht mehr vorhanden. So entsteht ein stark inhomogenes Gefüge mit teils recht großen und teils vergleichsweise kleinen Körnern. Anders als bei der Erholung werden bei beiden Rekristallisationsvorgängen nicht nur die physikalischen, sondern auch die mechanischen Eigenschaften des Ausgangsgefüges wiederhergestellt, wobei es aufgrund der Inhomogenität des sekundär rekristallisierten Gefüges teils zu starken Abweichungen kommen kann. Die Tatsache, dass das Korngrenzenwandern bevorzugt an den versetzungsreichen Stellen stattfindet, also in den Gebieten höchster innerer Energie, verdeutlicht, welchen Einfluss die vorangegangene Verformung auf den Gesamtprozess hat. Der Grad der Verformung und damit verbunden die Anzahl der Gitterfehler ist ein Maß für die Anzahl und die Größe der entstehenden Körner. Grundsätzlich gilt, je größer der Verformungsgrad, desto feinkörniger das Gefüge. In diesem sogenannten Rekristallisationsdiagramm ist genau dieser Sachverhalt dargestellt. Hält man Glühtemperatur und Glühdauer konstant, stellt sich mit zunehmendem Verformungsgrad eine immer kleiner werdende Korngröße ein. Dreht man den Sachverhalt um, indem man den Verformungsgrad konstant hält und sowohl Glühtemperatur als auch Glühdauer variiert, kann man in diesem Diagramm erkennen, dass die Rekristallisation nur in einem gewissen Temperaturzeitfenster stattfinden kann. Überschreitet man einen der beiden Parameter, glüht man also zu lange oder bei zu hoher Temperatur, findet keine Rekristallisation, sondern Kornwachstum statt. Die Korngröße kann folglich als Funktion der beiden Variablen Verformungsgrad und Rekristallisationstemperatur angenommen werden. Zur Veranschaulichung stellt man die Funktion in einem dreidimensionalen Koordinatensystem dar. In diesem Diagramm ist die Verformung in Prozent, die Temperatur in Grad Celsius und die sich einstellende Korngröße in Quadratmikrometern dargestellt, wodurch der Zusammenhang dieser drei Größen deutlich gemacht werden soll. Weitere Informationen rund um das Rekristallisationsschaubild erhaltet ihr im Lehrvideo das Lesen eines Rekristallisationsschaubildes. Zusammenfassung Zusammenfassend werden noch einmal die wichtigsten Fakten zur Rekristallisation aufgezählt. Das Ziel der Rekristallisation ist es, ein stark plastisch verformtes Gefüge in seinen Ursprungszustand zurückzuführen, wobei die physikalischen und mechanischen Eigenschaften des Werkstoffes wiederhergestellt werden. Es findet eine vollständige Gefüge-Neubildung statt, deren Merkmal das Wachstum kleiner Körner ist, deren Korngrenzen sich in versetzungsreiche Gebiete hineinbewegen. Die Voraussetzung dafür, dass hier Rekristallisation stattfinden kann, ist der Mindestumformgrad, da die vom Werkstoff aufgenommene Verformungsenergie die treibende Kraft für das Ablaufen der Rekristallisation ist. Außerdem muss eine bestimmte Temperatur, die Rekristallisationstemperatur, erreicht sein. Nur dann werden die Korngrenzen thermisch aktiviert, um sich in die versetzungsreichen Gefügebereiche hineinzuverschieben. Man unterscheidet zwei Arten der Rekristallisation. Erstens die primäre Rekristallisation, Gekennzeichnet durch ein homogenes Gefüge Ein Temperaturbereich zwischen 0,5 und 0,3 mal der Schmelztemperatur Und einer Glühdauer entsprechend der Vorgaben aus dem Rekristallisationsschauwild. Zweitens die sekundäre Rekristallisation, die durch ein inhomogenes Gefüge charakterisiert ist. Dieses Gefüge wird durch eine zu hohe Glühtemperatur und eine zu hohe Glühdauer hervorgerufen. Grundsätzlich gilt, je höher der Umformgrad ist, desto feinkörniger wird das rekristallisierte Gefüge. Dabei wird das Gesamtvolumen der Korngrenzen durch die Rekristallisation erhöht. Das Gesamtvolumen der Korngrenzen durch die Rekristallisation erhöht.